Unsere Kraftfahrer sind die Visitenkarte unseres Unternehmens beim Kunden. Silofahren ist eine schöne Sache und es macht einen riesen Spaß. Ich kann es nur empfehlen, sich damit reinzusetzen als Beifahrer oder am besten selbst als Fahrer bei Heidelberg Zementlogistik und das ist eine wunderbare Sache. Das gefällt mir unwahrscheinlich. Ein Beladevorgang, was Zementsilo betrifft, man fährt unter die Laderampe, wo man zugewiesen bekommt, geht hinten die Leiter hoch, macht den Domdeckel auf, den Rüssel runter mit der Fernbedienung, geht wieder runter, schaltet die ein, alles entspannt. Die Ziele, wo wir haben, die Entladung, die ist unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wie weit die Strecken auseinander sind. Fährt man so im Nahverkehr, hat man so zwischen drei und vier Endladestellen, ist das weiter weg dann natürlich dementsprechend weniger. Ein Highlight war für mich, mal zu sehen, wie in Berlin haben wir Unterwasserbeton gemacht. Mit Taucher, mit drei Pumpen und das ist schon sehr interessant, so was zu sehen. Vielleicht fragen Sie sich, warum Sie gerade bei uns als Kraftfahrer anfangen sollen. Wir bieten Ihnen einen modernen Fuhrpark, einen sicheren Arbeitsplatz, so dass Sie wieder wohlbehaltend nach Hause kommen können. Wir bieten Ihnen weiterhin einen sehr wertschätzenden Umgang, sowie ein gutes und leistungsfähiges Team. Das Betriebsklima bei Heidelberg Zementlogistik ist herzlich freundlich. Man wird bei Problemen nie alleine gelassen. Es findet sich immer eine Lösung für jedes Problem. Es gibt keine Probleme, die man nicht aus der Welt schaffen kann. Das Verhältnis zur Disposition ist insofern ganz gut, obwohl manchmal Fahrer und Disponent anderer Meinung sind, aber wir ziehen alle an einem Strang und am Ende zählt das Resultat. Also meine Vorgesetzten, muss ich sagen, das sind alles junge Leute. Ich bin sehr zufrieden, ich kann anrufen, wann ich will, wenn ich ein Problem habe. Mir wird immer geholfen. Wir finden immer eine Lösung. Bei Heidelberg Logistik wird viel Wertgelekt auf Pinklichkeit, Sauberkeit, Tragen der PSA und dann kann man schon ein sehr gutes Leben führen bei Heidelberg. Heile und sicher ans Ziel kommen. Das ist das A und O. Sicherheit geht vor allem anderen. Wenn Sie Teil unseres Teams werden wollen, dann bewerben Sie sich jetzt. Wir freuen uns schon heute darauf.